Modul 3 Alltägliches Kapitel 4 Um wie viel Uhr stehst du auf? Übung 1 Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Zwei Uhr Viertel nach zwei Zwanzig nach zwei Fünf vor halb drei Halb drei Fünf nach halb drei Viertel vor drei Zehn vor drei Drei Uhr Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Zwei Uhr Viertel nach zwei Zwanzig nach zwei Fünf vor halb drei Halb drei Fünf nach halb drei Viertel vor drei Viertel vor drei Zehn vor drei Drei Uhr Es ist Viertel vor vier Es ist halb zehn Es ist fünf nach halb drei Es ist acht Uhr Es ist zehn vor zwölf Es ist fünf nach sechs Eins Es ist fünf nach halb drei Zwei Es ist fünf nach halb drei Tinas Tagesablauf Tina steht jeden Tag um 7 Uhr auf. Sie geht zunächst ins Bad. Dann geht sie in die Küche und sie frühstückt. Sie trinkt ein Glas Milch und isst Brot mit Butter und Marmelade. Tina steht jeden Tag um 7 Uhr auf. Sie geht zunächst ins Bad. Dann geht sie in die Küche und sie frühstückt. Sie trinkt ein Glas Milch und isst Brot mit Butter und Marmelade. Um halb acht fährt Tina mit dem Bus zur Schule. Der Unterricht fängt um 10 nach 8 an. Um 20 nach 1 ist die Schule aus und Tina fährt nach Hause zurück. Um halb acht fährt Tina mit dem Bus zur Schule. Der Unterricht fängt um 10 nach 8 an. Um 20 nach 1 ist die Schule aus und Tina fährt nach Hause zurück. Um halb drei nach dem Mittagessen macht Tina Hausaufgaben. Dann ruft sie Brigitte an. Zweimal in der Woche geht sie um 5 Uhr in den Tennisclub. Sie spielt schon gut Tennis. Um 7 Uhr ist Familie Marlin zu Abend. Nach dem Essen sieht Tina bis halb zehn fern. Dann geht sie schlafen. Um 7 Uhr ist Familie Marlin zu Abend. Nach dem Essen sieht Tina bis halb zehn fern. Dann geht sie schlafen. Tinas Tagesablauf Tina steht jeden Tag um 7 Uhr auf. Sie geht zunächst ins Bad. Dann geht sie in die Küche und sie frühstückt. Sie trinkt ein Glas Milch und isst Brot mit Butter und Marmelade. Um halb acht fährt Tina mit dem Bus zur Schule. Der Unterricht fängt um zehn nach acht an. Um 20 nach eins ist die Schule aus und Tina fährt nach Hause zurück. Um halb drei nach dem Mittagessen macht Tina Hausaufgaben. Dann ruft sie Brigitte an. Zweimal in der Woche geht sie um 5 Uhr in den Tennisclub. Sie spielt schon gut Tennis. Um 7 Uhr ist Familie Marlin zu Abend. Nach dem Essen sieht Tina bis halb zehn fern. Dann geht sie schlafen. Trennbare Verben Anfangen Anrufen Anrufen Aufstehen Fernsehen Anfangen Ich fange an. Du fängst an. Er fängt an. Sie fängt an. Es fängt an. Wir fangen an. Wir fangen an. Ihr fangt an. Sie fangen an. Sie fangen an. Anrufen Anrufen Wir rufen an. Anrufen Sie rufen an. Anrufen Sie rufen an. Wir rufen an. Es steht auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. Sie stehen auf. Fernsehen Ich sehe fern. Du siehst fern. Er sieht fern. Sie sieht fern. Es sieht fern. Wir sehen fern. Ihr seht fern. Sie sehen fern. Sie sehen fern. Fahren Ich fahre. Du fährst. Er fährt. Sie fährt. Es fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Ich schlafe. Du schläfst. Er schläft. Sie schläft. Es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Sie schlafen. Um wie viel Uhr steht Tina auf? Um sieben Uhr Um sieben Uhr dreißig Um halb acht Um wie viel Uhr fängt der Unterricht an? Um acht Uhr zehn Um zehn nach acht Wie viele Stunden bleibt Tina in der Schule? Sie bleibt fünf Stunden in der Schule? Sie bleibt fünf Stunden in der Schule Was macht Tina am Nachmittag? Sie macht Hausaufgaben und dann ruft sie Brigitte an Um wie viel Uhr ist sie zu Abend? Um neunzehn Uhr Um sieben Uhr Um sieben Uhr Was macht sie nach dem Abendessen? Sie sieht fern und dann geht sie schlafen Man isst in Italien Pizza In Italien isst man Pizza Pizza isst man in Italien Tina steht um sieben Uhr auf Tina steht um sieben Uhr auf Sie geht dann ins Bad Sie geht dann ins Bad Dann geht sie ins Bad Dann geht sie ins Bad Dann geht sie ins Bad Um sieben Uhr steht Tina auf Um sieben Uhr dreißig fährt Tina zur Schule Um vierzehn Uhr dreißig macht Tina Hausaufgaben Um neunzehn Uhr ist Familie Marlin zu Abend Um sieben Uhr steht Tina auf Um halb acht fährt Tina zur Schule Um zehn Uhr ist Tina in der Schule und der Unterricht fängt an Um zwanzig nach eins fährt Tina nach Hause zurück Um halb drei macht Tina Hausaufgaben Um fünf Uhr geht Tina in den Tennisclub Um sieben Uhr ist Tina mit ihren Eltern und Stefan zu Abend Um viertel vor neun sieht Tina fern Um halb zehn geht Tina ins Bett Was macht Tina um zehn nach acht Um zehn nach acht ist Tina in der Schule und der Unterricht fängt an Was macht Tina um halb drei Um halb drei macht Tina Hausaufgaben Was macht Tina um viertel vor neun Um viertel vor neun sieht Tina fern Um wie viel Uhr stehst du auf? Wann frühstückst du? Was isst du zum Frühstück? Wann fährst du zur Schule? Wie lange bleibst du in der Schule? Um wie viel Uhr ist die Schule aus? Wann kommst du nach Hause zurück? Treibst du Sport? Was machst du um 15 Uhr? Siehst du fern? Wann isst du zu Abend? Um wie viel Uhr gehst du schlafen? Um wie viel Uhr stehst du auf? Wann frühstückst du? Was isst du zum Frühstück? Wann fährst du zur Schule? Wie lange bleibst du in der Schule? Um wie viel Uhr ist die Schule aus? Wann kommst du nach Hause zurück? Treibst du Sport? Was machst du um 15 Uhr? Siehst du fern? Wann isst du zu Abend? Um wie viel Uhr gehst du schlafen? Ich schlafe. Ich frühstücke. Ich bin in der Schule. Ich esse zu Mittag. Ich esse zu Abend. Ich mache Hausaufgaben. Ich sehe fern. Ich treibe Sport. Ich spiele Fußball. Ich spiele Tennis. Ich spiele am Computer. Ich spiele Karten. Ich spiele Domino. Ich lese ein Buch. Ich höre Musik. Ich mache Hausaufgaben. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich frühstücke. Ich bin in der Schule. Ich esse zu Mittag. Ich esse zu Abend. Ich mache Hausaufgaben. Ich sehe fern. Ich treibe Sport. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich spiele Tennis. Ich spiele am Computer. Ich spiele Karten. Ich spiele Domino. Ich lese ein Buch. Ich höre Musik. Was machst du am Montag um 5 Uhr? Was machst du am Mittwoch um 9 Uhr? Ich bin in der Schule. Was machst du am Samstag um 16 Uhr? Ich spiele Fußball. Ich spiele Wahuska. Vielen Dank.